So ihr Lieben, jetzt gibt es noch ein After-Friseur-Video. Ja, warum sollst du unbedingt dich mal mit deinen Ängsten auseinandersetzen? Weil sie manifestieren und sie sind dafür verantwortlich, unsere Ängste sind dafür verantwortlich, dass sich genau die Dinge manifestieren, die wir nicht haben wollen. Weil eine Angst ist auch eine Festlegung, eine Affirmation und wenn ich nicht weiß, was ich da unterschwellig alles festlege und affirmiere, dann wird es sich im Außen immer wieder zeigen, indem ich das Gefühl habe, mein SP will nicht mit mir kommunizieren, will nicht mit mir zusammen sein, will lieber mit jemand anders zusammen sein, könnte mich jederzeit verlassen, ist nicht treu, ist nicht loyal. All diese Dinge, wenn du im Außen Rückzug hast oder Kommunikationsabbruch etc. pp., dann liegt es daran, dass du Ängste hast. Und wenn du diese Ängste kennst und weißt, wie sie zu alchemisieren und transformieren sind, dann hast du Platz, endlich das in deiner Welt, in deiner Realität zu manifestieren, was du wirklich möchtest. Gesundheit, Ton der Körper, Schönheit, Vitalität, Geld, Liebe, alles was du möchtest. Aber solange die Ängste deine Welt regieren, in deinem Inneren, wird sich das im Außen manifestieren. Deswegen habe ich eben dieses Programm, die Power der weiblichen Alchemie aufgelegt und biete es ab 3.6. für dich an, einen Monat wirklich in dir aufzuräumen, sodass du frei bist von diesen ungewollten, unerwünschten Manifestationen. Melde dich jetzt noch an. Wir starten am 3.6.3. Juni geht's los. Vier Wochen lang räumen wir, alchemisieren wir in unserem Inneren auf, sodass unsere Herzenswünsche sich im Außen manifestieren. Warum sollten wir das nicht tun? Der Link zum Anmelden für dieses Programm ist auf meiner Homepage mywellfeeling.com unter Angebote und dann wählst du aus die Power der weiblichen Alchemie. Meldest dich an und schon bist du dabei und gehst absolut next level in deiner Manifestation, in deiner absoluten Power, Größe, Schönheit, Gesundheit und was du dir sonst noch alles wünschst.